Hallo Leute, weil mein Zeug weg war, ich habe jetzt gerade noch mal versucht, als ich gespawnt bin beim save point war alles weg. Mein schönes Bett, mein Lagerfeuer, alles, es war alles weg. Deswegen fange ich jetzt neu an, aber ich brauche nicht, jetzt habe ich mich ein bisschen schlau gemacht im Spiel. Jetzt weiß ich auch wenigstens, dass man Seile braucht und eine Juckerpratze. So, fuck you, einen brauche ich, einen brauche ich noch, endlich halten, zack, zack, now start to craft, and eggs, so, noch ein Stock, perfekt, dann, oh, noch ein Stock, jetzt würde ich mir noch Steine, jetzt mache ich mir einen Hammer. Sledgehammer, das ist das blaue, ein Buch. Aha, awesome. Ähm, ich brauche nichts zum draufschreiben. Wir sind hier noch nicht bei cast away. Wir sind hier noch mit Kokosnussern Gesicht mal. Da ist nichts drin. Zwei Steine. Hm. Hm. Na guck mal. Komm, nein. 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 Shit. Jetzt fix. Steine sind hier irgendwie auch... Ah, da ist er noch. Gut. So. Ein Stone. Ein Stein. Und da ist zwei Stein. Ja. So. Zwei Stöcke. Passt. Steine. Ne, ich brauche nur einen Holz. Und ein Seil. Und... Hammer. Sledgehammer time. So. Ähm. Jetzt will ich mir was überlegen. Pantry. Den baue ich mir jetzt. Können wir mal ein Messer machen. Ja, ich habe mich jetzt komplett schlau gemacht. Aber wirklich komplett. Komplett komplett schlau. Ich wollte nicht wie in der ersten Folge... Wie in der ersten Folge so... Viertelstunde ratlos rumlaufen. War ja dann doch ein bisschen zu blöd. So. Chab. 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 Chabri. Chab. 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 So. Äh, ja. Ich wollte eigentlich hier das Stück haben, aber egal. Chab. 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 Jo. Ach. Ja, endlich da hat er der Sch!. So. Jetzt habe ich... ...sechs... Teile. Und noch Steine. Ludo. Kann du schauen. Aha. Wir haben mich gefüttert. Und Steinen. Put. 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 Steine put. 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 Da reiner. Danke,ä! Nein. Das brauche ich einfach. So. Schaap. Das wollte ich. Fittig. Heckju. So. Ich habe hier ein Messer. Juka Pflanze. Da ist eine. Da ist eine. Ich würde dich schrauben. Okay, du rennst mir ja nicht weg. So der Vorteil. Jetzt kann ich dann gleich hoffen. Ah. Auf äh. Ja. Dann kann ich gleich auf Haiya gehen. Jaai. Verkauf ich teuer an. Chinesen. Und die Steinsplitter. Da sind sie. Sehr gut. Yes. So. Und jetzt noch ein Seil dazu schmeißen. Die Linie ist so. Rude knife. So. Egal. Jetzt heißt es noch mal schon. Foto zuschmeiß. Schlock und Seil nämlich. Rude knife. Gehst du da weg. Nein. Kannst du jetzt noch mal dahin gehen. Geh du dahin. Dann kommt der Zeitestock noch dahin. So. Jetzt kann ich mir einen Speer machen. Speer. Oh. Fick dich. Aber erstmal nicht. So. Ne. Geh ich auch mit. Ne. So. Und jetzt geht's auf Jagd. Heriantes. Onto the sea . Under the sea. �도 the sea. Alalalalalalalalalalalalalalala. Also statt Arschsacke Po, leck mich am Po, du hast den Po auch, Angebot, statt Scheiße, Kot, in der Kot dich drauf. Ja, das ist Housepack. Serious Perk gefilmt. A movie. So, ich geh jetzt hier auf. Schönen Fang, man. Ich muss mich verarschen, ich will da tauchen. So. Nein, auch nix. Ziffix. Das kann nicht wahr sein. Da. Das schöne sein. Bitte, 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 ja, eine Kiste. Ah, das ist schon. Du magst. Eine Machete. Mit Jedi. Ja, ich will jetzt auch leider gegen den Stein entscheiden. Tut mir leid, Stein. Du bist ein treuer Gefährte gewesen, aber... Brauchte ich einfach nicht. Noch nicht. Mich kann man ja mit irgendwann mal zuschlagen. So. Bleib da. Jetzt geht's wieder ins Meer. Ja. Ja. Okay, der wird nicht genommen. Mit wem ich dann nicht alles abschlagen kann. Oh. Ich bin nur ein Pirate. Ja. Ja, Mann. Ist das ein schwebender halber Stein. Fickst amoi. Zähfickst amoi. Ich frage mich, was passiert. Wenn ich jetzt mal so lange unter Wasser bleib, bis ich hier, äh... Schwarze. Unmüchtig werde. Treib ich dann nach oben. Oder... Äh... Äh... Ja, krippier ich. Achso. Äh, ich hab ja nur... Stell drauf, wie ich Lebenszeit hier hab. Deswegen. Ich bin eigentlich schon tot. Ist ja super, wenn man im Wasser ist und dann kann man nicht auf die Uhr schauen. Dann muss ich mir wirklich nochmal Kokosnuss reinziehen. Dann krieg ich halt Lust auf ne Kokosnuss. Meine Daaxt. Danach überleg ich mir was. Was ich dann mit dem... Ja... Kokosnuss. Tja, dann. Ja. Ach, Mensch. Zipfel da. Mit dir. Was ist denn denn viel cooler? Haare rein! Hm? So, schmeiß weg. Zweiter Gebrassel. Job! Da bauen wir gleich auf die Seite. Immer noch nix. Shit. Zweiter, verdammt. Nein. Äh, ich wollte die ja aufhacken. Hack. 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 Äh, Wasserflasch. Was machst du da? Worum gehst du? Hab ich dir gesagt, du sollst dich verpissen? Bleibs da. Es rollt da nicht auch weg. Blöd, dricks auf. Schmeiß dich irgendwie ins Schlafboot, wenn ich's wieder finde. Held müsste sein. Müsste. Ja. Ja. Ich geh auch gleich auf die Jagd. Also keine Sorge. Die Folge wird jetzt nicht so langweilig wie die anderen Folgen. Was ist die Kompostnuss? Ich will die nicht hämmern. So, die ist ja schon offen. Hau rein. Wieder hin. Wieder aufhacken. Und hau rein. Guten. Ist das was? Nope. Eigentlich bin ich schon tot. Cool. Ja. Äh. Ich weiß nicht. Ich bin tatsächlich das ja wieder ins Bett zu machen. Wenn's dann eh wieder verschwindet beim nächsten Save. Wie beim letzten Mal. Jetzt bin ich nämlich nach je alle zwei Folgen wieder komplett bei Null. Das sind mehr Helds? Das sind mehr Helds als es davor. Guck mal zu nur drei. Ist ein Baum drei Stück. Äh ja. Oh. Abschnitt drei Stück raus geworden. Na los. Ja. Halt den auch. Das sind die nächste Mal wieder. Ähm. Yuka. Le Yuka Pflanze. Ja. Ich glaub ich hab nur eine auf dem Reims. Auf der ganzen Insel. Nur eine einzige scheiß Yuka Pflanze. Die ist da hinten. Aber die spawnen echt schnell wieder. Und. Ach Mensch. Ein Kämpfer will ich nicht drauf machen. Aber ich hab mir das Holz von da drüben noch. Kann ich noch mehr. Brauch ich mir ein Wirt. Ein Wirt. eins. Drei. Wir haben ihn in den Vierer Stapel. nicht. Ich hab noch mehr. Ich hab noch mehr. nicht. Drei Yuka. genug haben vom Bett. Und halt nicht. Ein Kokosnuss. Die brauch ich erstmal nicht. Ich weiß nur ein Stückli. Ein Stückli. Ein Stückli. Hm. Mehr Stöcke. Glaub ich. Hab nicht geachtet wie viel Stöcke ich brauche. Zack, zack, zack. Immer noch. Da. Ich brauche wieder. Zeig. Nein, nein. Da kannst du wieder zuschmeißen. Immer noch nicht. Fix. Okay. Ich brauche aber wirklich die ganzen. Fahne da vorne. Die Fahne. Alle mit. Ich nehm euch mit und fächer euch. Ich kann mich damit voll fächern. Ja. Das ist ideal. Und wenn das jetzt nicht klappt dann. Ein Bett. Ein Bett. Ein Bett hier im Sonnenuntergang. Wow. Ist nicht viel heiß. So. Was machen wir noch? Steine. Hab ich eben was gelesen. Deswegen viele Steine. Dann kann man sich so ein Derbding machen. Derbding. 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 Nope. Sonne. Du blendest. Geh weg. Und das ist ein Frack. Derbding. Derbding . Jan Ich bin der weiße Hai. Für die weißen Hai. Da, Heartcase, Pocketknife, zwei davon, Edges, aber mein Atem ist schon wieder so im Arsch wie, wow, okay, naja, Leute, das war jetzt auch mit der Folge, hab's euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lassen würdet und schaue bei den nächsten Folgen rein. Also, haut rein, servus!